Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Der letzte Typ, ey. Äh, Quatsch, der letzte Generator, der uns jetzt gefehlt hat. Ah, könnte ich dann schon in den Bildschirm reinhauen? Nee, 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 nee. Komm, mach hin mit deinem Ladebildschirm. Bildschirm. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. So. Das war dahinter, ne? Alter. Junge, Junge, Junge. Da haben sie gerade aber auch richtig auf uns drauf gehalten, ey. Aber mit allen, man. Hügeltour. Daseena, Dive-Tour. Bootswahnsinn. Ansiedlung. Ja, ist wirklich wahr. Grauenhaft. So, wisst ihr was? Wir machen jetzt... Nee, Bootswahnsinn nicht. Wir machen jetzt irgendwas anderes. Warte mal. Ein Panzer-Männisch, oder? Ähm... Egal. Egal. Hallo, Bürger. Wir mussten kürzlich Porto da Sena dem... Tieren... Demo... Dämon... Demontieren. Über den Grund darf ich nicht sprechen. Aber glaub mir, er ist wichtig. Der ist super wichtig. Ähm... Wir haben hier jetzt noch was. Da. Da so. Und da diese Insel. Oh, die Sprengtrupps sind unermüdlich. Schlafen die auch mal? Nein. Ich schlafe jedenfalls nicht mehr. Viva Medici! Wenn wir die dann eingenommen haben, dann haben wir hier die... dieses Landstück eingenommen. Voll gut eigentlich. Das machen wir mal gerade. Au. Wenn man hier irgendwie wieder rauskommt. Genau. Schön die Tore zulassen. Fliegen wir hier hoch. Hier ist so ein Mega-Stunt-Ding. Au. Voll doof. Was soll das denn? Alter. Auf einmal ploppt hier die Flasche so. Irgendwie. So. Dieses Flaschen-plopping halt. Verschrocken. Die Flasche. Hätten wir vielleicht... Aber auch nur vielleicht... da rein durch den Tunnel gehen sollen. Ja, garantiert. Ach. Guck mal da. Rino, eine Limousine ist unterwegs, um einen Kollaborateur abzuholen. Der Satz allein ist eine Ohrfeige für jeden Patrioten. Entfüll die Limousine und... So, das halte ich noch mal. So, Chausen zusammen. Hier machen wir jetzt mal kurz einen Prozess. Oh, okay. Ich muss hier raus. Ach, hier, guck mal. Und... Ciao. Oh, ist doch irgendwo einer. Egal. Wir steigen jetzt mal hier ein. Und... Wir hatten einfach mal rein. Ach, guck mal da. Da ist er doch. Das war's. Oh, yeah. Wie war's eigentlich? Halb 10 schon. Halbe Stunde noch, dann bin ich off. Bin ich weg. Bin ich raus. Gut. Auf der Bräuse. Ring-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. dung 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 die lösen sich einfach in der Luft aus auf schade jetzt könnt aber bald eine treffen ja 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 sieht gut aus einfach mal reinhalten mal gucken was passiert da steht noch irgendwas ein besorgen was hat formator ja gefällt mir gut kann man mal machen ok jetzt müssen wir doch mal näher ran ist da nicht noch ein trafo warum haben wir ihn denn nicht getroffen wir haben doch da voll reingehalten oder ist das ein kann auch einfach ein dingens sein das ist es auch okay wir haben jetzt noch ein paar treibstofftanks paar satelliten und bisschen strom da ist ein dank hoch 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 ja oder raus kollege warte mal das war das war dann hier die haben ich weiß nicht ob ich den gleich noch will oh ja tschau ja doch funktioniert noch sieht doch gut aus guck mal da ist noch ein tank wenn jetzt sogar der letzte da ist noch einer fängt ich wiederhole die kommt am anflug und da ist noch einer guck mal Achtung unsere Sehstreitkräfte sind unterwegs zu euch verschwinden sie und da steht ein Helikopter für uns die Medien aber wir können immer noch nicht rufen oder ich will da bleiben Fahrzeug Helikopter ne tschüss 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 hey Rico oh danke gut Karte oh es fehlt immer noch irgendwas hier locker das unentdeckte Siedlung locker da oben oder 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 hier fliegen wir erstmal da rein yo danke aber ich muss weiter aber eine wichtige Mission ja da hinten ist es oh ja genau klar ich werde direkt hier ne und so egal egal lalalalalalalala lalalala 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 was tue ich hier ich weiß es nicht Helikopter im Anflug ich wiederhole Helikopter im Anflug eine Eliteeinheit ist unterwegs zu eurer Position voll Elite Junge volle Elite Junge wir schicken ein Helikopter in Zielgebiet joo ich war es nee soll sie nicht da ist ein Job Rico oh ein Panzer ich will auch ein Panzer l l l l l l l l l das war eine richtig schöne Landung das hätte geknallt ja nice kann man mal machen tun der Helikopter ist geil Anklag aus der Luft Oh da ist ein Fragezeichen hier sind ganz viele, guck mal, da seins, da seins wenn wir doch schon hier sind, warte mal Nico Plattester wurde vom Joch der Unterdrückung durch den General befreit das muss ein tolles Gefühl sein die Revolution geht weiter, Brüder und Schwestern Bäm Junge ein Ravioli-Band Tag 860 ich war gerade am Telefon, als Deluca außer sich vor Wut in mein Büro stürmte er wetterte über meine Unfähigkeit als Kommandant seine eigene Überlegenheit und unseren nichtsnutzigen Präsidenten nachdem ich seine Tiraden zwei Minuten lang angehört hatte hob ich einen Finger wandte mich wieder meinem Telefonat zu und versprach Präsident Dante ihn später zurückzurufen ich denke, damit dürfte Delucas Schicksal besiegelt sein Ja, das kannst du zu Recht haben Ähm Dinge Fragezeichen-dinge Ich wollte eben noch etwas anderes sagen ich habe es vergessen Jawohl So Oh, 1993 verworfene Frames, naja, solange es in der Aufnahme gut ist. Äh, hinter dem Berg. Ach, schon wieder. Ich parke mal hier oben. Ich hoffe, der bleibt hier stehen. Ja, sieht gut aus. Mach mal gut. Den Marker gesetzt. Äh. Medici, dank dir für dein Opfer. Ruhnfried. Okay. Okay. Hinauf zu unserem Helikopter. Ja, das hast du eben schon mal gesagt. Ich bin doch gleich wieder weg. So. Nein. Wegpunkt setzen. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Dieser aufdringliche Hampelklaus. So, warte mal. Ja. Ja. Juhu. Ja. 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 Vielen Dank.